ja hallo und herzlich willkommen mittwoch 18 der fünfter die wochenmitte wir stehen an diesen sonnigen maitag vergnügt auf kannst kaum erwarten in die arbeit zu gehen da ist erledigt zwei elke zwei tieflader sind da das ist gut da habe ich aufträge das haben wir jetzt und der zweite schaut dann schon in der zukunft an 20 43 das perfekt kühler abfahren das ist der auftrag erledigt ein kühl lkw habe ich hier auch umstehen wartet er den auftrag dazu ist hier zu finden wunderbar das ist ein internen lkw den schicke ich gleich weg da haben auch ein paar aufträge noch hier fragt hat er gut guck mal in den logistik hinweis gibt es nix dann schauen wir im büro nach neuen aufträgen kühlauftrag am 20 gerne sehr gerne sogar den mache ich auch gerne wunderbar ja das kann man mitnehmen jetzt haben wir hier 24 das sind wir jetzt schon geht das geht schon mal gleich gar nicht ja den nehme ich mal mit klasse dann fuhrpark klasse dann Ah, ja... Der Kühlauftrag müsste gehen. Da. Ja. Jetzt machen wir das. So, was bringt uns die neue Vollstunde? Eine Kühle. So, in the middle, opening up. So, in the middle, opening up. Und fertig. Jetzt fahr ich zum Hafen. So, geht nichts. Schade. Hoffentlich enttäuscht mich jetzt die Bahn hier auch. Doch, das tut sie. Hat man nicht so oft bisher. Das ist bei beiden Stationen. Aber gut. So, was ist da? Ein Tank-LKW. Ja. So, was ist da? Ja. 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 Okay. Auftrag ist durch. Dann schauen wir mal in die Post. Durchwühlen wir mal unsere tolle Ablage. Und ha. Ja. Ja. Wir erhaschen mal einen Blick. Die Höhe Geschäftsführung. Wo stehen wir denn da im Augenblick? Das machen wir zuerst. Das interessiert mich jetzt. Wow. Klasse. Oh. LKW 10 ist defekt. Am 24. Kühl. Äh. Kühl. Äh. Kühl. Fühlen, Applotzen, ja, auch Applotzen, geht. Nein. Vierundzwanzigster, der ist gut. Vierundzwanzigster, der geht auch. Vierundzwanzigster, der ist gut. So, 11 Uhr, neue Aufträge. Gehen wir gleich nochmal durch. Nein, das war einfach. Dann fahren wir jetzt mal runter in den Fuhrpark. LKM 70 ist da. Geht schon aus. Passt doch perfekt. Gut, Kühl und Tank habe ich jetzt noch. Gut, Kühl und Tank. 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 Kühl und Tank. Gut, Kühl und Tank. Gut, Kühl und Tank. Gut, Kühl und Tank. Gut, Kühl und Tank. Punkt 12 Uhr ist, 59 Frachtanheiten warten drauf, verschickt zu werden, nein, andersrum, ein Tieflader mit 59 Frachtanheiten wartet, beladen zu werden, schon wieder nass, oh Mann, aber der Auftrag ist erledigt, das gefällt mir, dann fahre ich jetzt zum Hafen, um zu baden, aha, uiuiui, die Deutsche Bahn, immer für'n Unfall gut. So, im Hafen habe ich keinen Erfolg, wie sieht's am Bahnhof aus? Jawohl, da geht was, 24, jawohl. Gut, dann fahren wir wieder zurück in die Zentrale. Gut, dann bleiben wir wieder zurück. Ah, ist halt so. Gut. Kühlsektor. 13 Fachanheiten in Stuttgart. Falscher LKW. Dann ist das so. Gehen wir wieder in die Auftragsannahme. Am 23. Ja, fahren wir ein bisschen was rum. Am 23. Nach Straßburg. Das kann ich eigentlich auch noch mal. Kühl. Am 23. habe ich noch viel frei. Passt. Noten. Den kann ich machen. Den lasse ich sein. Weg. Weg. Ja, das machen wir. Geht ihn nicht. Nein. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Nein. Nein. Ja. Dann bestätigen wir mal unsere Aufträge. Ah, 72 Fachanheiten sind da. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bis am 20. Ja. Sicher. Und abfahren. Jetzt hoffe ich mal, dass der Kollege von Sammeltrans mir den Auftrag fertig macht. Macht er. Das war sehr gut. Dann Kühl-Lkw. Kühl-Lkw. Das passt. Dann ist weg. Das passt. Der Auftrag ist weg. So, noch 13. Ha. Ideal. Ideal. Abfahren. Passt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da brauchen wir jemals. Geht sich gut aus. Geht sich sehr gut aus. Ist erledigt. Jetzt schauen wir gleich nochmal hoch. Und zum Büro. Was so an Aufträgen da ist. Was so an Aufträgen da ist. Das geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Am 19. Juhu. Keine weiteren Aufträge. Das ist spannend. Na ja. Dann ist dem so. Und wir nutzen die Möglichkeit jetzt in den Fuhrpark zu gucken. hoffen mal dass da was da ist doch ich habe doch ein bisschen auftrag das ist und dann machen wir für heute das letzte mal den besuch beim hafen und bei der die auftrag ist erledigt der ist auch fertig das ist gut sogar sehr gut zurück in die zentrale da schauen wir mal noch etwas wegfahren lassen können ja 70 und 72 gut ich habe Ich habe eigentlich keine Hoffnung, aber... Versuch noch klug. Der Versuch funktioniert. Der Auftrag ist erledigt. Sehr schön. Ich habe die Schilder. Ich habe keine Hoffnung, weil ich nicht sagen will. Ich nehme diese Wege undladen, dass ihr euch besser auf der Zeit noch, also Leute zu sein, und ob es sie aceitieren können. Auf der Schilder, dann sch coalition rüber. Ich habe unsere Afrik mit dem증en, der Schilderäu zu ver auf den Sprechern. Ich habe Ihre Aufschluchte. Ich habe ihn mit den Schildern, und ich habe ihn mit mir mit den Schildern. das noch mal klappt wird es der wahnsinn ha ist ja irre das ist ja irre pfuh ja ja und ja 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 das ist gut gelaufen dann ab in den feierabend ja vielen dank fürs zugucken bis zum nächsten mal ciao bye bye ja 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 ja